Die machen Aua und die Stunnen. Ja, ja, der ist die ganze Zeit mir hinterher gesprungen. Ob der nicht abhängen. Oha, ich bin widmen in diesem Valley, äh, in dem Canyon hier drin. Du bist auf nem Berg, ne? Da komm ich, glaub ich, nicht so schnell hoch. Ich bin nicht auf nem Berg, du läufst von mir weg. Ja, hier sind halt überall Gruppen, ne, denen ich ausweichen muss. Oha, ich glaub, ich zieh mir jetzt... Oha, ein Rockling am Arsch. Oha, und da ist noch mehr, und da ist noch ein Rockling, obwohl der blau geschrieben ist. Ah, jetzt hab ich zwei Rocklinge, sie springen mir hinterher. Ja, Hilfe, was da hinter mir abgeht. Boah, schmeißt den Stein. Oha, da ist noch ein Rockling. Wenn die Steine werfen, das Ding kannst du gut ausweichen. Boah! Oho, hinter mir ist auch einer. Ich laufe! Ah, Südosten, Südosten ist unsere Richtung. Ich hab den, ich hab den bis zur Hälfte runtergezogen. Und dann fing es wieder an zu laggen. Ja, du bist richtig, du bist richtig. Lauf da weg! Ja, ich kann irgendwo hin. Dort ist ein Boss. Komm hier in die Höhle. Hier sind ganz viele Raccoons. Was für ne Höhle. Hier unten ist ne Höhle. Ich muss mich hier grade erstmal wehren, bis aufs letzte Blut! Ich komme! Level up! Haha, 199 Crit! Hier ist ein Bett. Und die Höhle hier, die ist nämlich... Ja. Okay, warte, ich muss mal grade hier... Und da ist der Boss, ne? Wir können ja erstmal rundherum alles aufräumen. Ah, ja, 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 ja. Was mach ich denn? Ist halt doof, dass das immer nur die Cooldown verringert, ne? Äh, ja, ja. Bei mir ist halt die Schnelligkeit, Cooldown verringern. Dann Cooldown verringern und die Länge an Distanz, die ich springen kann. Cooldown verringern und den Rückstoß. Okay, los geht's! Oh, warte, da war, glaub ich, was für mich. Oh, warte, da war, glaub ich, was für mich. Ja, ist doch besser. Oh, Moment, ich hab ja noch andere Schultern im Inventar, die ich jetzt tragen kann. Äh, die sind ja nochmal besser. Da kommt was. Ah, ich werd vermöbelt! Oh, Moment! Ich noch irgendwas, was ich hier irgendwie mal anziehen kann. Okay. Warte, 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 warte. Okay, warte nicht, mach einfach. So, ich wollt grade sagen, lass mich erst mal ausruhen. Ich muss in mein Bett, da hinten. Oh, Mann! Wollen wir den Boss da mal versuchen? Ja, müsst ihr dann erst drum herum alles wegmachen. Ja, 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 klar. Okay. It's your turn. Was ist das? Oh, ein Dwarf. Oh, den könnte ich schon pullen, ne? Nee, lass mal lieber. Hinterher ist der so stark, dass wir rennen müssen. Ja, dann noch hier den Rechten. Dann lieber erstmal rundum. Hey, dann macht der da so einen blöden... Hey, der hat dich vergiftet. Waffen-Sets wären auch noch nice, ne? Was sagst du? Da hat die Waffe weggesteckt, damit ich nicht schlafen kann. Dann musst du mal die mittlere Maustaste drücken, dann packt der die automatisch weg. Kannst du da diese Raccoons pullen? Miss, miss, miss. Mann, immer wenn ich gerade ankomme, schleuderst du die weg oder... Ja, wenn ich jetzt schon ankomme. Wow, 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 der rastet gerade aus. Du musst so schnell im Einsammeln, ich komme ja nie hinterher. War doch eh nur Kopper. Na und? Heul doch, heul doch. Du hast alleine weitergespielt. Na und? Doch egal. War ja auch nur Spaß. Krass, 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 krass. Boah, was macht denn der? 98 Schritt ins Gesicht. Was ist das? Mage? Alles für Mage. Alles meins. So. Bist du da hinten in Sicherheit? Oder bringst du irgendwas mit? Das jetzt noch nicht. Oh, da kommt was angerannt. Äh, ich hänge in den Bett fest. Läufen. Wie viel Schaden die manchmal austeilen, ne? Das ist unglaublich. Ja, wenn du, wenn du den Kripp kassierst. Oh, ich bring was mit. Scheiße. Voll auf der Fresse geflungen. Ach, wieder zu Tode geleckt hier fast. Ah, ich will nicht reiten. Schlaf, mein Freund. Was machst du denn? Ich schütte gerade den, der mich verfolgt. Ich schütte gerade den, der mich verfolgt. Warte, muss ich mich hin. Ja, warte, ich muss mich erstmal hinlegen. Also, wir müssen respawnen die gleich nämlich wieder. Gibt's hier wirklich einen respawn? Ja. Cool, ich habe eine neue zweite Waffe gefunden. Die macht auch 8 Schaden. Guck mal, jetzt habe ich ein Schwert. Huah, das sieht doch auch cool aus. Einmal eine Axt, einmal ein Schwert. Soll ich pull ihn jetzt? Ja. Da sind noch ein anderer Dwarf oder so? Noch zwei andere. Erstmal auf die Mini-Gegner hier. Boah, ich ziehe dem fast gar nichts. 420 Crit. Gibt er mir. Davon ist zwei da. Der hat sich geklont. Der hat sich geklont. Der hat sich geklont? Ja. Äh, kommst du noch? Äh, ja. Wenn ich hier ein paar Gegner gekillt habe, komme ich. Ah, jetzt wird zu dritt. Aber der hat mir 400 Crit gegeben. Bin auch kaputt. Was soll ich denn dagegen machen? Huah, jetzt habe ich einen Rockling am Arsch, ey. Ich habe alles am Hintern. Ich bin wieder auferstanden und der läuft mir jetzt immer noch hinterher. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Oh Mann, der Boss ist ja mega übel. Ja. Da bist du. Und das, obwohl der blau geschrieben ist. Mhm. Der Boss in den Katakomben habe ich auch, glaube ich, zwei Minuten, drei Minuten drangesessen, bis der kaputt war. Ja, den einen Boss, den ich da ja mal alleine gekillt habe, den habe ich auch so lange drangesessen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die viel stärker sind, wenn man so zu zweit rumrennt. Das ist wie bei Diablo dann, ne? Denke ich mal, ja. Da unten sitzt schon wieder einer. Aber es ist eine gute Trainingsstätte hier. Ja. Sieben EP ist es gut. Okay. Das ist wie ein Warrior. Boah, die sind besser, die ziehe ich an. Was ist das? Die ist auch besser. Ha, langsam kriege ich mal neue Klamotten. So, wir müssen mal eben wieder ein Bett finden. Oh, ja. Zum Boss will ich mich da nicht legen. H finds ein Lagerfeuer. Ich glaube, da liegt auch ein Bett. Aber da müssen wir erstmal an dem Rockling hier vorbei, ne? Und da den Gegnern da. Oder the Rockling kommt auch. Wow, 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 ja genau, töte mich noch eben, mit dem letzten, weißt du, mit dem letzten, stampf da 15, weißt du, wenn wir das so oft machen könnten hintereinander, dann wäre das ja mal richtig krass, aber warum können die das, ey? Ich will das auch können, als Gegner sind, aber ich habe ein Formular für mich gekriegt, und dann mit kleinen Glows, ich habe was für Ranger bekommen, Äh, plus 36 Handschuhe Ja, muss einfach mal hinlegen Plus 38 Rüstung Ja, 38 ist nicht schlecht Die sind besser Oh ja, die Rüstung ist auch gut Ich habe noch was richtig episches in meinem Inventar, hier, guck mal Boah Rockling, aua Boah, das war aber oft jetzt Ja Ja Der kann's halt 94 Ich habe jetzt 204 Das hier gefällt mir wenigstens, bist du noch da, hallo? Ja Ah, das hier gefällt mir wenigstens als Levelort, weißt du, man kann die besiegen, man hat auch noch eine Herausforderung Man kriegt echt gute Erfahrungspunkte Und wird von allen Seiten beklagen, genau, und man kann sich equippen Ja 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 Ja